Meine Fastenseminare sind Wohlfühlseminare. Es ist alles locker, es ist alles freiwillig und wir haben auch immer sehr viel Spaß. Fasten mit Manfred sparen, das ist jahrelange Erfahrung und ein zeitgemäßes, stressfreies Konzept. Manfred bringt jahrelange persönliche Fastenerfahrung mit ein. Beim Fasten habe ich den Kick bekommen, nach drei Tagen, dass Körper und Geist auf einmal wieder eins waren. In den Wochenseminaren dreht sich alles um Ihre Gesundheit, ums richtige Essen, um Körper, Geist und Seele und um Bewegung. Immer steht der einzelne Mensch, stehen Sie mit Ihren Bedürfnissen im Vordergrund. Wählen Sie Ihr individuelles Fastenprogramm. Beim Heilfasten bekommt man nur Flüssigkeit und beim Baselfasten Frühstück um 10 und 17.30 Uhr Abendessen. Und dazwischen halt viel Aktivität, Wohlbefinden und Spaß. Und das ist so ein Fastentag mit Manfred. Morgendliches Erwachen an der frischen Luft noch vor dem Frühstück. Die Energie kann zu fließen beginnen. Anschließend bietet Manfred abwechslungsreiche Aktiveinheiten im Freien oder bei Schlechtwetter eben drinnen. In Motivationsvorträgen informiert Manfred über Fasten, Ernährung und positive Lebensgestaltung. Und nachmittags erleben Sie Spaß beim Nordic Walking mit Wanderführer Manfred. Beim Fasten können Sie eigentlich nur gewinnen. Du hast die Gewichtsabnahme, dann hast du eine schönere Haut, dann ist es eine Sanierung für den Dickdarm, das Herz-Kreislauf-System wird entlastet und dann das geistige und seelische Wohlbefinden. Das Herz-Kreislauf-System wird entlastet und dann das geistige und seelische Wohlbefinden. Das Herz-Kreislauf-System wird entlastet und dann das geistige und seelische Wohlbefinden. Vielen Dank! Vielen Dank.